Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Doom und ich bin ganz leise, denn da vorne sind Gegner, die haben uns noch nicht gehört. Ey, störe nicht so laut. Okay, wir schleichen uns mal ran. Ist doch ein Schleichspiel hier, Doom habe ich gehört. So, jetzt vorsichtig von hinten. Einmal, nochmal und jetzt, Achtung. Aha, wooms, ich sagte wooms, du nicht auch noch, haha. Uff, habe ich viel Energie verloren. Ja, ja, ich weiß, ich erinnere mich noch, ich erinnere mich noch. Äh, das ist uns, ähm, ups. Uah, hab ich mich erschreckt. Haha, dass es uns, äh, energietechnisch nicht ganz so gut gab, äh, ging. So, jetzt habe ich so noch alle hier aufgeschreckt. Es kommen aus ihren Löchern gekrochen. Okay, aber, Hauptsache, Ammo haben wir genug. Hm, Red Key. Sowieso. Ja, jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, äh, wie wir jetzt am, hier war da auch noch einer. Ne, das war er. Im geschicktesten Vorgehen. Pass auf, was passiert, wenn wir das hier öffnen? Da geht doch hier wieder irgendwie eine Tür auf. Ah, ja, was? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Ich habe nicht meinen Schalter betätigt. Da geht so eine Scheißtür auf hier. Achtung, nicht fluchen. Wo ist er, wo, wo, wo? Wo hat er sich hin teleportiert? Karkodemon. So, das ist natürlich jetzt ein großes Risiko. Aber das ist jetzt eine Frage. Schafft man das noch? Haben wir die Eier, das hier noch durchzuziehen? Und zu schaffen, mit der... Der... Stöhnen nicht. Das ist nix. So, diesmal... Boah, voll auf dem rechten Ohr. So, diesmal machen wir das besser. Hm. Haha. Und L hier kriegt noch ein paar ab. Nein, vorsahin. Der hat uns gestreift. Die Rodde. Die stinkende Rodde. Wir hatten eben noch 47 Energie... Äh, Punkte gehabt. Der lebt ja immer noch. Immer noch. Jetzt nicht mehr. Hm. Wie viel haben wir? Reicht das? Die sind doch voll... Die sind doch voll auf meinem rechten Ohr hier. So. Da ist auf jeden Fall die rote Keycard. Äh, die wollen wir haben. Und hier sind noch mehr. Also unten ist, glaube ich, ein Imp. Komm, das holen wir uns. Oh, hoch, 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 hoch. Wah, was haben wir getan? So. Also, Arma ist schonmal gut. Raketen, da sind wir eigentlich gut ausgerüstet. Er nervt ein bisschen. Nein! Nein! So was. Okay, gut. Wir haben die Karte. Hier ist ein Teleporter. Keine Ahnung, wo der uns hin teleport... Äh, wo der uns... Äh... Yellow Keycard. Ja, wird immer. Immer bunter. Ha, 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 ha. Was, was, was? Lost Souls. Lost Souls sind gefährlich. Die kommen irgendwie aus dem Nichts. Und schreien... Schreien mich an. Und dann... Dann müssen wir das Level von neu anfangen. Komm. Verrecke. A Blue Keycard. Na ja, auf jeden Fall haben wir schonmal die, äh... Rote. Das ist ja auch schonmal was. So, was ist hier unten? Ja, ich habe mir auch ein Teleporter zu sein. Gehen wir aber später hin. Wow! Und, kommt einer mit hoch? Nein! Irgendwer ver... ...klemmt den Aufzug ein. So, hier kommen wir mit der roten durch, ne? Da hinten ist noch einer. Weg damit. So. Ist doch wahr. Uah! Ich speichere trotzdem mal ab. Ich weiß aber nicht, äh, in welchem Level wir sind. Wir sind... Äh... Hier? 7, 2, kann das sein? Ich glaube schon. Und da hinten ist ein... ...ein... ...ein... ...Barrönchen. Ein pinkes Barönchen. Und noch ein pinkes Barönchen. Direkt aus der... ...Hülle. Aus der Schirr. Aua! Äh... Um... Um... ...kümmern wir uns aber später drum, wollte ich sagen. Erstmal... ...ein bisschen Energie. Hier ist auf jeden Fall, äh, ein bisschen was los. Ich weiß nicht, wie wir das triggern, aber... ...ähm... ...da es uns ja mittlerweile etwas besser geht, möchte ich jetzt endlich... ...Rache hierfür... ...Aaah... ...Wie viele... ...ah, okay. Hm. So, hier haben wir ein bisschen Energie. Und hier können wir uns gleich auf jeden Fall, äh, wieder ein bisschen aufpäppeln. Falls das doch nicht... Oh, ne. Wobei, die können wir auch benutzen, ne? Machen wir aber nicht. Falls das, äh... ...nicht ganz so gut ausgehen sollte. Ja, komm, das ist auch eine Falle hier. Guck mal, da liegt doch schon so ein toter... ...Marine. So, wo kam die her? Hier? Genau. So, das lief schon grundsätzlich... ...besser, würde ich sagen. Das ist doch auch hier. Das ist doch alles fake. So, weil hier, wo der Karko-Demon und der Imp, die bewacht, müssten ja eigentlich gerade die blaue Rüstung bewachen. Sehe ich doch richtig, oder? Ah, guck mal hier. Das Ding, das wird gleich runtergehen. Seht ihr? Haha. Ich bin so Kalko-Kar. Ja! Hahaha! Und die blaue Keycard direkt hinterher. So, naja, unterm Strich, würde ich sagen, gar nicht so übel. Dann können wir uns doch das hier holen, weil... Ah, geil. Ammunition, baby. So, jetzt geht's uns aber wieder, äh... ...halbwegs passabel, würde ich sagen. Das ist mir auch gerade ein Speicherpunkt wert. Nehmen wir einfach den hier. Ah, warum gehen wir denn als nächstes lang? Wir haben die blaue und die rote Karte. Aber wir können ja nochmal... ...hier die Bereiche, äh... ...absuchen. Da ist die gelbe Karte. Ah, können wir uns natürlich holen. Können wir mal gucken, was hier hinter ist. Okay. Ist das jetzt hier einseitig? Uah, nein, das wollte ich mir nicht nehmen. Das hole ich mir später, wenn es sich erlohnt. Gelbe Keycard. Dann holen wir uns die doch. Ach, können wir gar nicht. Ich dachte, wir können hier rüber. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich einen von den Teleportern da hinten nehmen. Äh, aber bevor wir das machen... ...gab's hier denn noch irgendwas? Rote Keycard. Ach, dieses riesige Areal hier. Okay, da... Okay, da... Uah, Alter. So lange keine Shotgun-Typen auf uns feuern, ist das ja alles noch halbwegs okay. Wobei... ...wird's auch schon so ein bisschen anstrengend mit dem Baron of Hell hier. Aber... So, ich würd' sagen... ...Klatsch. Voll aufs Auge gedrückt, so eine schöne Rakete. Dem drücken wir ja auch ein bisschen... ...was auf den Pelz. Und genau wie ihm hier. Weil die Raketen haben wir gerade. Wir schießen ja auf mich. Hier? Wo, da oben? Was? Du hast noch nicht genug. Äh, 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 äh. Zack, voll auf die Omme. Na gut, so, jetzt haben wir langsam genug Raketen ver... ...vergalert. Äh, lagen hier nicht noch welche? Wo waren denn noch Raketen? Hier am Level gab's ja noch irgendwo Raketen. Naja. Ähm, ups. So, da unten geht's noch lang. Noch mehr? Nee. Ich schätze auch... Äh, guck mal, oh, guck mal, wie viele Raketen hätten sind. Äh, ich schätze mal stark, dass wir dahin... ...wa, w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w- eine verlorene Seele. Ja, ich höre sie doch schießen. Aber wo? Ich sehe sie nicht. Ist da unten so sehr doch bestimmt. Naja, gut. Will ich später. Ich probiere mal die Teleporter aus. Ne, falsche Richtung. Die waren hier. Ach, Moment. Hier komme ich auch mal runter. Ja! Ich hasse es! Ich hasse es! Welcher Idiot denkt sich denn sowas aus? Ist doch kacke. Na, zum Glück haben wir abgespeichert. Hatten wir das schon gemacht? Nein, natürlich nicht. Na, komm schon. War ja nicht noch irgendwas anderes? Achso, hier ging es da raus. Dialog Key Card. Na ja, schon recht. Und ich habe gesagt, wir könnten eigentlich das mal ausprobieren. Okay. Okay. Nein! Oh, das gibt es doch einfach nicht. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Das ist doch die eine Stelle. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also nochmal, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und hier bin ich total falsch. Das ist eigentlich hier oben. Achso, ja, richtig. Ich habe die Orientierung verloren. Ah, da will ich nicht hin. Hier will ich auch nicht hin. Wo war das denn? Hier war es auch nicht. Hier war es. So, weil früher oder später werden wir hier vermutlich rein müssen, weil wir die ganzen Schlüsselkarten brauchen. Und dann wollte ich hier schon mal aufräumen. So, das wollte ich gemacht haben. Dann müssen wir wieder raus hier, weil wir sonst nichts machen können. Ja, wir können das Feld schon mal ein bisschen aufräumen. Schlüsselkarten immer schön in bewegung bleiben hier dann passiert einem auch fast nichts was denn mann er hier wieder so schwebe er nicht weg die habe ich mit einer rakete zurück in die hölle geschickt apropos ich weiß gar nicht genau wir sind diese episode gibt es gar keine ordentliche erklärung für sind wir noch in der hölle oder dass die halle auf erden oder wo sind wir grund also hier ist doch wieder unser ja wo auch immer der herkommt ich sehe ihn halt nicht wo ist hat denn naja okay wir haben übrigens auch wir haben 92 von 104 gegnern das ist eine ganze menge aber wir haben auch kein secret das ist schlecht ach ja da war ja noch einer und die lost soul da ist die rolle gerade der hat genervt okay er kommt dann weil wir es noch nicht gesehen haben laufen mal ein bisschen mit dem die gegend hier ein bisschen an zum glück haben wir so ja ein neuer baron of hell okay zur belohnung bekommen wir aber auch auf engstem raum ist der kein match für uns was haben wir getan wir haben eine brücke erstellt so dann da kommt da ist keiner wie hier ist keiner all right ok das ist ja nicht so verkehrt dann ach so so dann holen wir uns das hier schnell und hier ist noch ein paar raketen sein nein das war knapp haben wir denn es sind noch mehr raketen die will ich eigentlich haben warum geht der jetzt so langsam runter naja gut ah nein das war das ende ach komm schon wo stand denn als das das ende war ich wollte doch die secrets geholt haben und was ich ich ppers